Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Content Talk. Hier geht es um Heptifest, ja, Content. Jawohl, mein Name ist Fabio Zahnt, Social Content Produzent und ich rede in meinem Podcast mit spannenden Menschen aus den verschiedensten Branchen über Content. Das Prinzip ist einfach, ich packe mein Podcast Studio zusammen und gehe zu den Gästen vor Ort. Und heute bin ich bei Brian Ruchti in seiner Content Agentur Newsroom Communication. Brian Ruchti ist aus Bern und mittlerweile Chef von 18 Menschen, die tagtäglich mit Content zu tun haben. Brian hat aber auch vor 15 Jahren das Radio Gelb-Schwarz gegründet. Gielen, wo eigentlich 90 Minuten lang einfach ein IB-Spiel kommentieren. Brian, schön darf ich hier bei euch in Bern sein. Schön zu sein. Ja, das ist auch immer in Bern ein geiles Eich gefunden. Wir sind uns ein, zwei Mal über den Weg gelaufen. Du bist ein Typ, der angepackt, der Ideen hat, aber die dann auch umsetzt. Und eben viel reden über, man könnte und so. Ich habe von aussen die Wahrnehmung immer gehabt, du hast es immer gemacht. Sei das eben jetzt mit Radio Gelb-Schwarz oder mit deiner Agentur, mit der Newsroom Communication. Du hast viele Erfolgsstories vorzuweisen und du spürst das Gefühl für die heutige Zeit, was es braucht, im Bereich Content. Und nebst dem Hauptthema, das wir zusammen haben, Content, möchte ich auch die Werdegange ein bisschen anschauen und wie du eigentlich Sachen umsetzen kannst. Stimmt das, wenn ich sage, du hattest deine Leidenschaft zum Beruf gemacht? Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das kann man so sagen, ja, definitiv. Ich habe zwar Geschichte studiert, ich weiss nicht, wir reden ja noch darüber, über mein Studium. Aber dort merkst du schon so ein bisschen, dass Geschichte, dort ist ja das Wort Geschichte drin und Geschichte, und bei Content sind Geschichten relativ relevant. Und entsprechend habe ich doch die Leidenschaft zum Beruf gemacht, sei es eben, in dem, dass ich darf E-Bespiele kommunikativ begleiten, aber auch in dem, dass ich ganz viele Kundinnen und Kunden auf ihrem kommunikativen Weg begleiten und Content produzieren. Für sie, natürlich mache ich das nicht alleine, eben, du hast es vorhin gesagt, Firma mit 18 Leuten, und gründet habe ich jeweils auch nicht alleine. Also, Radio Gelb, Schwarze RGS, mit Simu Kopfenstein, Newsroom, mit Simu, mit Benni, noch zusammen. Also, wir sind immer ein Team und das ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, erfolgreich kannst du nur im Team sein, so richtig langfristig. Was hast du denn mal bewerten als Kind? Weisst du es noch? Oder hast du überhaupt etwas? Ja, also, was hast du wohl bewerten? Ja, da habe ich so die Klassischen gehabt, auch Schüttler, ich glaube, jeden Mal kann ich werden. Dann merkst du dann irgendwann, ja, das ist vielleicht nicht so realistisch, auch wenn ich nicht mega schlecht war, Pilot war schon so ein Traum, oder Astronaut. Aber dann irgendwann, wo es so ein bisschen konkreter wird, oder im Leben, die klassische Diskussion, fünfte, sechste Klasse, die eigentlich in der Schweiz, finde ich, mega früh ist, da musst du Gedanken machen. Aber dort habe ich dann so gemerkt, eben, dass ich sehr, sehr gerne kommunizieren, ähm, und, dann hat es aber die Berufe, die wir beide jetzt machen, oder die Berufsart, noch nicht wirklich gegeben. Also, wir sind ja, wo ich in der sechsten Klasse war, ähm, da sind wir knapp 2000er, wo wir heute viel darüber reden, also digitaler Content, hat nicht existiert. Aber ich habe gemerkt, ich kommuniziere gerne, das war manchmal ein bisschen Problem gewesen in der Schule, weil ich manchmal zu falschen Zeitpunkt kommuniziert habe. Aber ich habe gemerkt, ich kommuniziere gerne und ich befasse mich gerne mit Sachen befassen und ich befasse mich gerne vertäuft mit Sachen befassen und dann über diese reden, oder mich mit denen auseinandersetzen und eben kommunizieren. Aber du hast vorher eben, genau, Geschichte und Jura studiert, ähm, wie ist es dann gekommen, dass du dann eben, hast du dann Radio Gelb-Schwarz und dort gemerkt, ah, warte schnell, wir könnten ja noch andere Geschichten, eben wirklich Geschichten, Geschichten machen, oder wie ist es dann gekommen? Also, ähm, genau, Geschichte studiert, eben, weil mich eben die Thematik hat interessiert, mich vertäuft, mit etwas auseinanderzusetzen. Ähm, ich war immer eine Leidenschaft, als ich vorhin gesagt habe, schuten so oder so, und dann, ähm, schon immer halt sehr medial geprägt gewesen, als Kind, auch weil ich beinahe bin aufgewachsen, also meine Mutter ist Irin und mein Vater ist Schweizer, habe ich immer so mehrere Welten, wie soll ich sagen, erlebt und auch mehrere Arten von Medien konsumiert, und gerade sage ich mal so, früher, als ich aufgewachsen bin, ist die Welt noch nicht so globalisiert gewesen, wie heute, oder? Ich konnte nicht einfach irisches Fernsehen schauen, in der Schweiz, wie ich es heute kann, oder umgekehrt, wenn ich in Irland war, Schweizer Fernsehen, oder das sind ja Content-Formate noch nicht überall so gleich gewesen, sag mal, wie alt bist du? Ich habe es probiert, Google ist es nicht herausgefunden. Ich habe im Jahrgang 88, ich bin, jetzt muss ich aber rechnen, ich bin 34. Okay, 34. Und, ähm, ja, und dadurch, dadurch habe ich mich eigentlich sehr früh mit verschiedenen Arten etwas zu erzählen oder mit etwas umzugehen dürfen, beschäftigen, und das hat mich fasziniert. Auf deinem Weg hast du aber sicher auch das ein oder andere Mal den Stein im Weg gehabt, wo du gemerkt hast, wenn du jetzt so zurückgeschaut hast, in den letzten 10, 15 Jahren, gibt es so etwas, wo du sagst, da haben wir am meisten etwas gehatert, oder der grösste Opersteig war, oder hat es immer kleine Steile gegeben, das Leben, oder wie, machst du dich zurückerinnern? Ich würde eher sagen, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich, mir ist es immer gut gegangen, wenn es Steine hatte im Weg, weil das ist für mich eine Herausforderung. Come on! Das ist wirklich wahr! Also bis zu einem gewissen Grad ist es wirklich wahr, wenn es einfach ist gelaufen, Ja, ist doch schön, wenn es läuft! Immer dann, wenn es einfach ist gelaufen, habe ich, glaube ich, das Gefühl gehabt, oder im Nachhinein würde ich sagen, dann machst du am meisten Fehler. Und dann bleibst du nicht dran, dann wirst du nachlässig, dann hast du das Gefühl, es läuft von selber und das ist nie so, nie im Leben. Es läuft nie von selber, aber du musst immer dranbleiben. Und das ist auch das, was mich glücklich macht. Ich gehe mega gerne in die Ferien, aber ich merke so, nach einer Woche, dass ich etwas machen muss, oder ich habe dann so viel Energie, ich muss die Energie irgendwie verarbeiten, dann versuche ich dann, in der Ferien Sport zu machen, oder eben schon wieder an irgendetwas herumzudenken. Und darum, ich habe einfach die Steine gerne. Und ich habe gerne eine Challenge. Ich meine, wenn es zu einfach ist, dann läuft irgendetwas nicht gut, finde ich. Dann bleibst du stehen, dann schaust du nicht weiter, dann ruhst du dich aus, auf dem, was du hast. Und dann überholt dich die anderen. Und darum habe ich das mega gerne. Und wenn du mich jetzt fragst, grosse Steine in meinem Leben, habe ich nichts, was mich richtig gestresst, oder richtig vom Weg abgebracht. Gar nicht. Was sicher eine Challenge ist gewesen, du hast es vorhin gesagt, aber eine, wo ich fast am meisten darauf gelehrt, in meinem ganzen Leben, ist, wir haben gegründet, früh, also ich komme eigentlich sozusagen, ich habe auch schon auch gearbeitet, an anderen Orten. Ich war mal beim SRF und habe sehr gerne dort als Journalist gearbeitet. Ich habe auch andere Jobs gemacht, aber eigentlich so mein Berufsleben, wo, sag ich mal, mein strategisches Berufsleben, bin ich immer verantwortlich gewesen, eben zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, für mein eigenes Ding. Oder? Und das ist am Anfang, wenn du anfängst mit Radio Gelb-Schwarz, ist das mega cool, bist du das zweite und du bist echt verantwortlich für das Medium, das es vorher auch nicht gab, das du aus dem Boden hast gestampft, das du dann plötzlich ja, doch ziemlich Resonanz überkommst und das ist ein Fakt, aber du bist immer noch das zweite, oder? Und dann gründest du eine Agentur, eine Firma und dann plötzlich bist du fünft, dann plötzlich bist du zehn, dann plötzlich bist du zwölf und dann irgendwann merkst du, hey, das ist dann nochmal etwas anderes, einfach etwas machen, was du gerne machst, Content produzieren selber, wo du dann echt distribuierst und schaust, dass die Leute das cool finden und eine Firma führen, das ist Step 2 und das ist sicher, das ist nicht etwas, was man einfach kann, man kann noch so empathisch sein, man kann noch so gut mit Leuten umgehen, man kann Leute noch so gerne haben, Leute, wie soll ich sagen, ihre Firma führen und mit denen zusammen etwas erreichen, das braucht Erfahrung, das braucht Zeit und das ist, das ist das, wenn ich auf mein Leben, und ich bin 34 und die Frage ist noch spannend, weil sie recht rückblickend ist, wenn ich aber zurück schaue, ist das, das, was mich am meisten prägt und wo ich am meisten stolz darauf bin, dass ich diesen Schritt gemacht habe, für mich selber mit, zu entscheiden und zu entscheiden, das ist mein Weg, ich will nicht nur selber etwas machen, sondern ich will mit einer Gruppe von Leuten, die ich gerne habe, etwas machen, aber auch herzustehen, die Verantwortung übernehmen, für das, und das ist, wie soll ich sagen, das ist mittlerweile meine absolute Leidenschaft, hier die Agentur führen, zusammen mit all den Leuten, die hier sind, das macht mich glücklich und Leute entwickeln, Formate entwickeln, und sehen, was da entstehen kann, das ist meine Leidenschaft, wirklich. Eben, Leidenschaft, wenn du jetzt sagst, wenn man jetzt sagt, ich merke jetzt irgendwie so, es ist so viel, es geht so schnell im Moment, und irgendwie, dann kommt irgendeine künstliche Intelligenz und dann sagen sie, hey, in zwei, drei Jahren ist 40% von den Prüfen weg, und so, genau, und so, einer, der jetzt sagt, hat noch das Leben vor sich, ist ein junger, oder ein junger, junger Mensch, steigt ins Berufsleben ein, wie kann, oder würdest du dem raten, die Leidenschaft zum Beruf zu machen, gibt es einen Tipp, wo kannst du mit auf den Weg, hey, versuch das zu machen, ein Tipp, also das Gefühl, du musst auf dich selber hören, du musst wissen, wer du bist, und ich finde, es ist so, es ist auch sehr ein Privileg, oder, dass viel reden von, du kannst die Leidenschaft, zu deinem Lebensinhalt machen, das ist ein absolutes Privileg, und ich bin mir dem jeden Tag bewusst, aber auch hart dafür gearbeitet, ohne harte Arbeit, kommt sicher nichts, also ich glaube, das ist immer noch der Grösste, man kann auch so, die richtigen Voraussetzungen haben, und auch dort ziehe ich wiederum, parallel zum Schuten, die wenigsten Schüttler leben nur vom Talent, oder, und die meisten Schüttlerinnen, oder Schüttler, arbeiten auch sehr, sehr hart, und ohne harte Arbeit, kommt eigentlich nichts, und entsprechend würde ich sagen, wenn man wirklich etwas will, und wenn man wirklich eine Leidenschaft hat, dann muss man sicher auch Glück haben, dass es dort schon einen Markt gibt dafür, und wenn man so fest daran glaubt, dass seine Leidenschaft, dass es ein Marktpotenzial hat, dann muss man halt arbeiten, und aus dem einen Markt kreieren, und dann ist es möglich, aber schlussendlich, man muss es wirklich wollen, es gibt, ja, es gibt keine Shortcuts, oder, man muss dran sein, und das durchziehen, und irgendwann immer die Kraft hernehmen, was braucht es für das, wenn es wirklich eine Leidenschaft ist, dann kommt sie von dort, und dann geht es eigentlich von selber, aber es braucht bis. Werbung Hallo, ich bin die persönliche, digitale Assistentin von Fabio Zahnt, ich mache jetzt die Werbung, halt dich fest, es geht los, bist du auf der Suche nach einzigartigem Content, oder willst du deinen eigenen Podcast, für dein Unternehmen, dann empfehlen wir dir, fabiozahnt.ch, denn Fabio ist kreativ, unkonventionell, und pragmatisch, mit dem Gutschein-Code, CAFE23, erhältst du beim nächsten persönlichen Treffen, mit Fabio, einen Espresso geschenkt, besuche heute noch, fabiozahnt.ch, du wirst es nicht bereuen, mach's gut, meine Lieben, und bis bald, hasta la vista, Werbung Ende. Du hast Schüttler angesprochen, Radio Gelb-Schwarz, für diejenigen, die es nicht kennen sollten, vielleicht solche, die nicht in Bern wohnen, die kennen es auch. Wir haben viele internationale Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, aber jetzt in Basel oder Zürich, aber ja gut, vielleicht ausgewählt, es gibt es ja, es soll es ja geben. Mit Rilin Bern, schon ein bisschen Kult-Status, darf ich fragen, wie viele das Radio Gelb-Schwarz, weil es nur Radio ist ja nicht, es läuft nur, weil ein Iben-Match ist. Es läuft nur, weil ein Iben-Match ist, und ich bin das natürlich noch nachschauen, weil ich es auswendig nicht kann, sagen, aber ich bin vorhin, letztes Jahr, also im Jahr 2022, 560.000 Zuhörerinnen und Zuhörer, es waren, glaube ich, etwa 40 Spiele gewesen, kannst du selber rechnen, also zwischen, im Schnitt so zwischen 12.000 und 15.000 Zuhörerinnen pro Spiel, mit Peaks über 30.000 und Spiele, die ein bisschen weniger ziehen, zwischen 5.000 und 10.000. Wer hört das wohl? Ich bin entweder im Stadion, ganz, ganz häufig, und sonst schaue ich es im Fernsehen, und wenn das nicht ist, sondern im Autofahren, dann hörst du es. Oder du hast irgendwo keinen Empfang und dann hast du es im Ausland. Das ist ja das Spannende, das ist mega individuell, wenn das die Leute hören. Es gibt Leute, die uns sogar im Stadion hören, am Heimspiel, wir reden ja dort über UKW, unter anderem auch für sehbehinderte Menschen, die uns hören können, dass sie mitbekommen, was läuft, aber es gibt auch Sehindy, die uns dort hören. Es gibt Leute, die uns als Kommentar zum Fernsehbild hören, dann gibt es Leute, die uns unterwegs hören. Unterwegs ist es sicher so, dass wir natürlich, wie soll ich sagen, den grössten USP haben, also entweder im Auto oder du bist spazieren oder du bist im Säcklen, dort werden wir als Art Live-Podcast natürlich auch gelöst. Ferien, extreme Boosts, also Herbstferien, hört, glaube ich, die ganze Kantone, also in Sardinien haben wir aber auch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer als das italienische Radio an einem Spieltag, das ist crazy zum Beispiel. Also dort hast du natürlich massive Peaks und dann Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer, diese ganze grosse Gruppe, die einfach, ja, mit RGS, glaube ich, auch so ein bisschen das Band-Gefühl in ihre Stuben oder ihre Ohren reinholen. Also es ist sehr, sehr divers. Genau gleich, glaube ich, wie du, ihr könnt jetzt die Frage, wann hörst du Podcast? Der Unterschied vielleicht zu einem Podcast, ist, wir sind halt live und bummen an eine gewisse Zeit und das schätzen aber auch die Leute an uns. Aber die Leute machen alles Mögliche. Waschen, kochen, eben spazieren, quer, Skifahren sogar, also alles. Krass. Und das ist ja halt ein Format, eins von vielen Content-Formaten. Es gibt Social Media Posts, es gibt Newsletters, es gibt Blogartikel, Videos und eben auch längere, bei euch Live-Podcasts, sage ich dem jetzt, bei mir der normale Video-Podcast. Was hast du das Gefühl, wieso das längere, Formate wieder Aufschwung haben? Ist es ein Gefühl, das ich habe, wegen dem Podcast, der überall Trend ist, oder ist es halt schon immer so gewesen, jetzt hat es ein bisschen eine Verschiebung gegeben? Also, als wir RGS gegründet haben, vor 14, 15 Jahren, haben wir, wie soll ich sagen, wir hatten schon einen Plan, eine Strategie, aber wir haben nicht wissenschaftlich gearbeitet und gefunden, dass das, was die Menschheit jetzt braucht, oder in den nächsten 15 Jahren wird brauchen, werden Podcasts sein oder längere Formate. Sondern wir haben einfach gefunden, hey, das ist ein Bedürfnis, wo ich selber als IB-Fan cool fände. Und du hast es einfach gemacht, weil du eh schon geschnurrt hast, während der Manübungen? Genau. Nein, absolut. Und dann war es so eine Phase, wo plötzlich so Pay-TV relativ dominant war, und du hast nicht mehr anschauen können, und dann haben wir gedacht, hey, das ist doch ein Bedürfnis, das wollen doch die Leute hören. Und was es nicht hat, in der Schweiz, ist sicher so eine Art Fanradio, wie wir es haben gemacht, oder wir haben ja von Anfang an gesagt, wir sind Parteien, ist aber fair. Wir geben ja auch so ein bisschen wie soll ich sagen, eine Lebens- Schrägstrich-Fan-Philosophie mit auf den Weg, die extrem gut ist angekommen, weisst du, Leute, die ich merkte, und ich glaube auch, die Art und Weise, wie man Schuhe verfolgen kann, und wie auch unser Verein sich gibt, oder dass wir das so eine breitere, breitere Medienöffentlichkeit gebracht haben. Fussball war vorhin sehr wirklich sehr fokussiert, nur auf die Sportlichen, das war in der Schweiz viel so, aber Fussball ist Kultur, es ist eine Fussballkultur. Und was wir auch machen, ist einfach das so rüberbringen, den Leuten zeigen, hey, IB bedeutet so vielen Leuten etwas, das wisst ihr gar nicht. Aber das ist Kultur, das prägt Familien, das prägt Freundschaften, und über das zu reden, auf eine Art und Weise, wie es vorhin vielleicht niemand hat gemacht, das haben wir intuitiv, glaube ich, gespürt, Simon und ich, dass es das braucht, und haben das dann auch gemacht, und dadurch, was macht der Content aus, was macht RGS aus, schlussendlich ist es authentisch, wir sind echt, wir reden über etwas, was die Leute interessiert, und das sind zwei extrem wichtige Faktore, wenn du erfolgreich Content produzierst, also es muss eine Relevanz haben, und es muss vor allem Relevanz haben für eine relativ klare Zielgruppe, und dort war natürlich RGS perfekt, aber wir haben nie so gedacht, wir waren Fans, sie sind ja immer noch, also IB ist mein Club, und wir haben einfach gefunden, wir machen jetzt etwas für die Community, für die Fans, die, die sonst halt einfach, keine Ahnung, zwei Einschaltungen pro Spiel, auf die RS3, hat es noch dann geheissen, auf die RS3 bekommen, und es ist doch einfach, du willst doch drinnen sein, an deinem Club, du willst doch erleben, was der macht, und das hat es nicht gegeben, und da sind wir voll in die, wenn wir jetzt sagen, in die Nische reichen. Genau, und unsere, meine Zielgruppe, wo ich Relevanz möchte, sind, ich sage jetzt mal, Marketingleute in der Schweiz, und für die, wäre jetzt auch die Frage, jetzt eben, gibt es ja viele verschiedene im Format, welches Format, wenn ich jetzt sage, jetzt hört man den Marketingleiter, einen Marketingleiter, von einem KMU zu, und sagt, «Hey, Content, ich muss Content machen». Welches Format, ist es das Richtige? Kleine? Oh, das ist, ich weiss, eine Riesenfrage. Da kommt es so darauf an, was für ein KMU ist, wie gross es ist, wie ein Produkt ist. Dort würde ich der Marketingleiterin oder Marketingleiter sagen, «Hey, schau, du darfst direkt ansprechen, vielleicht los geht». Genau, also, wer auch immer, dass es ist. Du musst deine Firma gut kennen, du musst dein Produkt gut kennen, und du musst vor allem wissen, hoffentlich ist deine Firma erfolgreich, warum ist sie erfolgreich, oder? Was ist die USP? Sagen wir, du produzierst einen Rasenmäher, als Beispiel. Dann musst du dir überlegen, «Okay, wir produzieren einen Rasenmäher, wir sind in der Schweiz, der drittgrösste, das ist fiktiv, der drittgrösste Rasenmäher-Produzent. Warum sind wir der drittgrösste? Warum sind wir dort relativ gut vertreten? Was macht uns aus? Warum kaufen uns die Leute unsere Rasenmäher?» Dann findest du das heraus und dann weisst du, «Okay, was ist der USP von unserer Marke? Oder was macht uns sympathisch?» Und dann musst du auch schauen, «Entspricht das der Firmenstrategie?» Wenn ja, super, dann macht ihr etwas richtig. Und dann fährst du Content produzieren, die auf das einzahlt, auf die Brand, und genau auf das, was die Kundinnen und Kunden an dir cool finden. und dann musst du auch noch schauen, wo sind deine potenziellen Kunden? Und dann musst du auch schauen, dass die Distribution funktioniert und dass du dann mit dieser Message, die du rüberbringen willst, auch ankommst. Und dann hast du so eine Bindung aufgebaut, via Content mit deinen Kundinnen und Kunden, wo sie auf eine Art eine gewisse Intimität zu dieser Marke aufbauen können. und das bindet und das sorgt auch dafür, dass sie deine Produkte kaufen werden. Ich glaube, in etwa so kann man es zusammenfassen, oder, wenn alles stimmt. Und wenn du merkst, dass die Leute deine Produkte aus einem anderen Grund kaufen, als dass es eigentlich deiner Firmenstrategie entspricht, musst du eher ein bisschen gröber über die Bücher, als dass du nur kannst dir Content anpassen. Das hat ja eine firmestrategische Relevanz, die vielleicht mit der gesamten GL muss man anschauen. Konkrete Beispiele, jetzt geht es. Wirklich konkrete Beispiele, Rasenmäier KMO. Was könnte man für Content machen? Und wo? Und wie? Kommt mega darauf an, was du für eine Rasenmäierfirma bist. Normal Rasenmäier, für hinter... Ja, irgendeine. Irgendeine? Aber es gibt so viele Rasenmäierfirmen, oder? Es gibt die, die gehen vielleicht über den Preis, vielleicht ein Landi-Rasenmäier. Dort erzählst du Geschichte, wir sind genauso gut wie der John Deere-Rasenmäier, aber wir sind günstiger. Das ist dann die Geschichte, die du erzählst. Und dann musst du schauen, wer braucht den Rasenmäier? Und dann findest du auch, dass sie in der Regel Hausbesitzer innen vielleicht eher ein Aglo, wo du einen Rasen überhaupt hast. Und dann machst du das Targeting und machst Content für dich und erzählst denen, warum sollen sie die Rasenmäier kaufen. Und jetzt gerade, wenn du vielleicht über den Preis gehst, hast du in der Regel vielleicht auch nicht unbedingt das massive Riesenbudget für eine hohe coole Content-Kampagne zu machen, wo du sagen willst, hey, mit meinem Rasenmäier hast du auch noch das Lebensgefühl, bla bla. Sondern dann gehst du wirklich vielleicht einfach auf relativ einfache Banner oder Displaywerbung, die aber die Leute erreicht. Mengenst ist es im Fall auch relativ einfach. Man muss nicht immer die Welt total erfinden. Es ist nicht die Red Bullisierung vom Content. Es ist nicht für jedes KMU oder Was meinst du damit? Weisst du, was ja Red Bull hat gemacht, ist, hat das Produkt und hat nachher eigentlich ein Content Maschinerie aufgebaut rundherum, so dass eigentlich das Produkt, was ich persönlich relativ grusig finde, einen Überbau hat, einen Wertenüberbau hat, wo ganz viele Leute einfach finden, hey, das ist mega cool und die Leute identifizieren sich mit Red Bull, was sie das Getränke nicht gut finden. Das ist eine Strategie, die du machen kannst. Das entspricht voll ihrem Weg, aber das passt überhaupt nicht zu jeder Firma. Es gibt eben wirklich Firmen, die ein Produkt haben, das sehr ein klare Bedürfnis befriedigt. Und dort musst du nicht wollen, das Media House aufbauen, sondern dort musst du sehr konzise und sehr klar deine Zielgruppe erreichen. Beim Content Talk, da muss man natürlich fragen, immer die simple Frage, die ich immer stelle, was ist guter Content für dich? Guter Content für mich ist authentisch. Er löst etwas aus in den Leuten, wo er schon zielgerichtet hat. Er erreicht die Leute, die ich will und er löst in den Leuten aus, im Idealfall, das, was sie will, ihnen auslösen. Aber unter dem Strich bin ich glücklich, wenn er irgendetwas auslöst in den Menschen, wenn sie den Content, den wir produzieren, sehen. Er muss dazu führen, dass in dem Menschen etwas passiert, ob das direkt zur Reaktion führt, die in einem Kaufgipfel oder ein klassisches Marketingziel oder ob er einfach dazu führt, dass die emotionale Bindung zu einer Marke zu einem Produkt steigt. Aber das Ziel muss wirklich sein, dass wenn du Content konsumierst, was gut ist, dass die dir etwas bewegt, dich etwas auslöst und irgendwie zu einer Reaktion führt. Aus RGS, aus dem Radio Gelb-Schwarz, hat dann eben die Newsroom-Communication mit einem Umweg entstanden. Auf welchem Blatt habe ich es seit... 2015? Seit 2013 ist es dann gegründet worden. Genau, 2013 Open Mind Media zuerst den Namen, dann umfieh mir zu Newsroom 2015. Ich habe hier alles aufgeschrieben, aber natürlich nicht vor Ort wo ich die Frage stellen möchte. Nein, eben, jetzt sind wir, jetzt hast du die Content-Agentur, wenn du Weihnachtsessen mit der Tante gesprochen hast, was hast du erzählt, was machst du? Ja, wie gesagt, bei halben ihr ja viele Tanten. Nein, und ich verstehe mittlerweile relativ gut, was wir machen. Ich sage, wir sind eine Digital-Agentur mit sehr hohen technischen Affinitäten, das uns vielleicht unterscheidet von einer klassischen Kreativ-Agentur. Wir machen nicht nur die Produktion von Contents, sondern sind in der Distribution auch technisch sehr stark. Wir machen Inhouse-TVs, Venues bespielen, wo wir wirklich auch technische Komponenten haben, wo wir verstehen, wie ein grosses Playout-System funktioniert und welchen Content du zum Beispiel brauchst. Insofern sind wir so in dem Storytelling-Prozess, können wir relativ weit gehen. Wir können im Kreativ-Agentur dabei sein. Wir machen gerne Workshops mit Kunden, wir beraten gerne euch, aber nachher geht es darum, Content selber zu produzieren. Wir haben Spezialistinnen und Spezialisten im Haus und dann haben wir auch Spezialistinnen und Spezialisten, die auf relativ grossen Systemen diesen Content distribuieren können. Was sind da die häufigsten Herausforderungen, die Kunden zu euch kommen? Und was sind dort die grössten und häufigsten, die immer die gleichen Herausforderungen kommen? Kann man das so ein bisschen klastern? Ja, man kann es ein bisschen klastern, in dem Sinne, dass es sehr viele gibt, die auf uns zukommen, die sagen, sie wollen einen Ausraum einführen bei sich, ihre Firma. Das hat sich in den letzten Jahren doch relativ stark verbreitet, und zwar bei grösseren KMUs bis sehr grossen Unternehmungen, dass die eigentlich zu Medienhäusern werden wollen. Ich sage mal auf der Seite externe Kommunikation, aber vor allem auch, je grösser, desto mehr interne Kommunikation. Wenn du 5000 Mitarbeitende hast, dann ist die interne Kommunikation extrem relevant. Das ist nicht wie bei uns mit 18, wo ich jederzeit mit jedem reden kann. Aber umso wichtiger ist, dass die 5000 eigentlich schnell was man macht und auch am gleichen Strang ziehen. Interne Kommunikation sehr wichtig, wo man über eine Nusrumstruktur aufbauen kann. Das ist so ein Cluster, das wir haben. Dann haben wir eher das technische Affine, wo die Leute auch wissen, wie wir bei BIM machen. Wir machen nicht nur das Radio, sondern Inhouse-TV, Entertainment-Systeme, wo sie zu uns kommen und sagen, ich baue ein neues Stadion oder ich habe sonst ein Venue. Wie würdet ihr das konzipieren, dass der Content gut rüberkommt? Mobiliar-Arena haben wir zum Beispiel gemacht. Wir haben jetzt auch relativ viele Anfragen von Hoteln. die halt zu Kongressorten werden, wo es darum geht, wie wollen wir audiovisuellen Content produzieren. Das ist so ein Thema und das, würde ich sagen, sind so die beiden grossen Sachen. Oder die Beratung von mittelgrosser bis grösserer Firma, inklusive Umsetzung, weil sie es selber nicht können. Also wir Spitzen abdecken, sei es qualitativ oder auch quantitativ, wo einfach die eigene Content-Fabrik von der Firma nicht nachmachen oder nicht nachmachen will. Und das andere sind eben so relativ technische Herausforderungen, die so oder so relativ nischig waren, aber die uns natürlich sehr viel Spass machen, weil wir doch auch gerne das Kribbeln haben von einer Grossanlassung zum Sport oder sonstigen ein Kulturevent zum Beispiel. Und dann hast du natürlich auch noch und das vielleicht das dritte Standbein noch, dass jemand auf uns zukommt und sehr etwas Konkretes will, Unterstützung im Bereich Text zum Beispiel, Unterstützung im Bereich Video, ein Podcast will oder einen Imagefilm will, also sehr konkreten Plan schon hat für ein Content-Format, dann machen wir das auch, aber am liebsten ist natürlich Beratung über einen Gesamt-Content-Prozess, den wir dann zusammen mit dem Kunden entscheiden können, was ist unsere Content-Strategie für euch und warum produzieren wir was, wenn und welches Format ist ideal für was. Und warum sollte aus deiner Sicht jedes Unternehmen echt Content machen oder stimmt die Aussage für dich nicht? Für mich stimmt die, dass ich sage, egal wie klein oder wie gross, dass alle eben Content-Geschichten erzählen sollen und zu den richtigen Leuten. Wie siehst du das? Ich sehe das auch so. Ich sehe aber auch, dass je kleiner und wie soll ich sagen, je Content entfernt durch das die Branche ist, desto schwieriger wird es auch dort, wie soll ich sagen, durchzudringen mit dieser Idee, dass man sagt, alle müssen Content machen. Wenn wir sagen, alle müssen Content machen, heisst das nicht, dass die Spezialistinnen oder Spezialisten wie du und ich ihren Content machen müssen. Ganz und gar nicht. Also wenn du zum Beispiel ein, wir haben hier im Haus ein tolles Putz-Institut, das auch die Aufgabe vom Hauswarten benimmt, ARAG zum Beispiel, wir machen für sie nicht Content, aber sie machen cool Content, den sie selber generieren. sie haben auch Marketingverantwortliche, die macht das von selber, mit dem Handy, sagt ab und zu den Leuten, hey, mach doch ein Foto, ein Selfie von euch. Die gibt keinen Rappen aus extern für Content, aber der funktioniert, weil er mega nahbar, authentisch ist. Du siehst die Leute, die auf dem Job sind, es kommt einfach gut rüber und genau dort funktioniert das auch. Das ist genau so, was ich ja gemeint, mit der Red Bullisierung von Content, und dann hat die Leute das Gefühl, hey, jedes KMU muss dann mit einem, keine Ahnung, Extremsportler aus einem eigenen Fenster rauskumpen und dann ein Video darüber machen. Überhaupt nicht. Aber was du machen musst, zu deinen Stakeholdern oder zu deinen Kunden reden, auf eine Art, dass sie finden, hey, mega cool, hast du gesehen, sie haben ja etwas Gutes gemacht und niemand wird ihnen dann sagen, ähm, sage ich mal, wenn du eine gewisse Grundqualität hast und die kann wirklich tief sein, das kann wirklich Handy-Video sein. Niemand wird ihnen dann sagen, hey, dort hat es ein bisschen geruscht, wo der Fritz erzählt hat, wie er jetzt da unterwegs ist mit seinem Lastwagen. Niemand. Die werden alle Freude haben, wenn sie sehen, der Fritz ist unterwegs und bringt irgendjemandem etwas und hey, mega cool und der ist ja glücklich bei seinem Job und das fährt man ab auf eine Brand, das fährt man ab auf dein Produkt und das ist Content, das funktioniert. Was gibt es sonst im Content-Marketing für Fehler, wo du sagst, das sind die Fehler, die wir jetzt als Agentur immer wieder bei unseren Kundinnen und Kunden sehen? Du, wir sehen hoffentlich wenig Fehler, weil wir beraten sie ja. Ja, die kommen, sie kommen ja und dann kommt die Newsroom und kommt dann Halleluja. Aber da gibt es ganz verschiedene Dinge. Du kannst ja über alles Mögliche sprechen und das ist ja der Grund, den wir auch merken, dass die extreme Dynamik eben auch schwierig ist für Kundinnen und Kunden. Jetzt ist noch TikTok da, was müssen wir jetzt machen? Oder plötzlich werden Reels auf Instagram gepusht. Vorgestern hat noch nie jemand von Reels, sag ich mal, in diesen Marketingabteilungen hat noch nie jemand von Reels gehört und plötzlich muss jeder Content 9 zu 16 sein. Vorher mein ganzes Leben lang 16 zu 9 gemacht. Das sind so die Herausforderungen, wo man aber auch sagen muss, dort können die Personen, die in den Marketingabteilungen arbeiten, gar nicht gross etwas dafür. Weil das ist so dermassen dynamisch, wenn du die Abhängung machst und das muss zu einem gewissen Grad von sozialen Netzwerken, weil dort die Leute sind. Aber du selber nicht entscheidest, was wie funktioniert, sondern ihren Algorithmus. Und das ist vielleicht das, was man aber auch nicht als klassischen Fehler bezeichnen kann. sondern dort, wo du einfach dranbleiben musst und wo wir auch müssen dranbleiben, immer einen Schritt voraus zu denken. Versuche, so nahe wie möglich dran sein, nicht nur an Trends, oder gesagt werden, dass es Trends sind, sondern auch an Möglichkeiten, wo wir selber merken, das funktioniert vielleicht sehr gut, das macht Spass. Und ich meine, warum, wenn wir schnell auf die Formatendiskussion gehen, warum funktioniert jetzt 9 zu 16 auf allen Plattformen so gut, weil alle soziale Netzwerke merken, dass der Grossteil von ihrem Traffic über Mobile Devices kommen. Und 9 zu 16 auf unsere Mobile von heute ist das das Format. Aber jetzt reden wir über die 10 Jahre und alle reden von dem Buzzword Metaverse, wo wir nicht wissen, wie es wird, beziehungsweise vielleicht können wir dann noch noch eine Klammer öffnen, weil es aus meiner Sicht schon lange Metaverse-artige Umgebungen gibt. Was gibt es für viele Mages? Also weisst du, Metaverse heißt ja eigentlich nichts anderes, als eine digitale Welt, Open World, wo du dich drinnen bewegen kannst, wo alle Leute sich virtuell treffen können und wenn du aus dem Gamer-Ecke kommst, World of Warcraft hat es vor 10 Jahren gegeben. Kennst du den Haber Hotel? Ich bin auch die Generation. Haber Hotel. Das kenne ich nicht. Nein, du kennst Haber Hotels nicht. Verzeih, ist das Gleiche? Es ist auch irgendwie so etwas, wo du dich anmeldest, ein bisschen so ein Tockeli und musst dich dann digital treffen. Ein bisschen MSN Messenger für Fortgeschrittene in der Zeit. Weisst du, so verändert MSN Messenger gibt es ja auch schon nicht mehr, Partyguide, so verändert sich die Welt dauernd. Und wenn wir jetzt hier sagen, 9 zu 16 ist das Mass aller Dinge, ist gut möglich, dass wir in 5 Jahren verhaltssächlich immersiven Content machen, was ich nicht denke. Weil ich glaube, es wird länger gehen. Aber wir merken und man stellt fest, die Verkaufszahlen von immersiven Devices, die alle zu cool haben, das bedeutet Metaverse, was es überhaupt nicht tut, aber es bedeutet, du kannst ein Device anlegen, wo du in der immersive Contentwelt kannst gehen. Ob das jetzt neu ist, wo andere Avatare auch sind, wo du dann auch diesen Metaverse-Charakter hast, wo du dich frei bewegen kannst, oder ob das einfach ein Game ist, oder ob das einfach ein Konzert ist, wo du immersiv konsumierst, ist, das sei dahingestellt. Aber es ist gut möglich, dass wenn die Devices immer mehr Attraktionen gewinnen, dass wir in 15 Jahren sehr viel solcher Content werden produzieren. Und man sieht, die Verkaufszahlen von VR-Brillen, die verdoppelt sich im Moment. Und du weißt ja, wenn langsam etwas anfängt und dann irgendwann wird das Wachstum exponentiell, und ich merke, dass Kinder von Mitarbeitenden von uns sich zu Weihnachten solche Brillen auf Anfang wünschen, dann weiss ich, in ein paar Jahren ist das wie eine Playstation 1 1996 oder Playstation 2 2002. Da passiert etwas. Ob das dann dazu führt, dass die Milliarden, die Metaverse investiert, ins Ziel, wie soll ich sagen, ein einzigartiges, alleinständiges Metaverse zu schaffen, wo alles dann stattfindet. Ob das realistisch ist oder ob das passiert, ist ja nicht einmal so relevant. Relevant ist mehr, Devices, die in der Lage sind, Content abzuspielen, was immersiv ist oder immersive Content Erlebnisse zu ermöglichen. Die Devices, die werden verkauft, die werden erschwinglich und das wird zu einem Markt führen, die jetzt in der Schweiz noch fast niemand mehr bespielt. Wir sind ja, ich denke, die Schweiz ist immer ein bisschen hinterein. Zuerstmals Amerika und dann Deutschland und irgendwann kommt es dann in die Schweiz. Bei den Trends ist es halt so, wenn ich jetzt raus höre und ich mich selber im Arbeitsalltag merke, du musst einfach dran sein, du musst selber Content konsumieren, um zu schauen, was ist aktuell in, was läuft, wo sind die neuen Trends und eben vor fünf Jahren ist es noch 16 zu 9, jetzt ist es 9 zu 16 Hochformat, wo irgendwie eben muss dran sein. Das ist wirklich das selber konsumieren, habe ich auch bei mir gemerkt. Studien vor Universität St. Gaulle 2022, 90% der KM in der Schweiz sind sogenannte Mikro- oder Kleinste Unternehmer mit weniger als 10 Mitarbeiter, eben häufig ein Marketingbudget dort sehr klein. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ich kann natürlich nicht eben Metaverses verdienen, aber was würdest du denen eben sagen, nehme das Handy und tue auf eurer Website Fotos, Poste und auf euren Kanal. Oder gibt es das, was ich vorjahr erwähnt habe. Dort können sie zu dir kommen und fragen, was soll ich machen und dann kannst du innerhalb von einem Nachmittag-Workshop oder auch mir beraten und sagen, hey, das passt zu euch, das passt zu eurer Kundengruppe. Für euch ist es sicher wichtig, dass ihr mit einem beschränkten Budget nicht Plattformen aufbauen müsst, sondern geht doch dir darauf, wo die Leute sind. Ihr könnt uns alle halb Jahre fragen, was sind Trends. Und dann machen ihr das, was ihr für richtig hält, was ihr auch spürt. Und vielfach ist es ja so, dass wenn du selber Content generierst, wo ankommt, dass du das auch spürst. Das ist ja zu gut an heutiger Zeit. Das ist relativ unmittelbar. Das hat viele Vorteile, aber auch gewisse Nachteile. In Sachen New Work, du musst lernen abschalten, du musst lernen dich trennen vom Device, du musst dich entkoppeln vor der digitalen Welt. Aber das Gute daran ist, wenn du Feedback bekommen möchtest, kannst du sehr schnell Feedback bekommen. Dann merkst du relativ schnell, wie reagiert deine Kundengruppe auf dein Content. Und dann kannst du mit einer Beratung zum Beispiel von dir oder von uns relativ schnell die finden und das machen, was für dich stimmt und auch mit dem Aufwand, was für dich stimmt, das Maximum rauszuholen. Und das ist ganz wichtig, entweder zu mir oder zu Brian oder sonst niemand. Genau, das wäre die Idee. Oder zu uns beiden zusammen. Genau, das ist natürlich das Non plus Ultra. Etwas, was ich noch ansprechen muss, ist klar, in den letzten Monaten ist es aufgekommen, ChatGPT. Es ist auch so etwas, wo irgendwie die Kunst... Ich brauche es ab und zu noch, einfach als Inspirationsquelle. Ich habe jetzt auch angefangen, zum Teil kannst du die ganzen Mails, die du bekommst, reinkopieren und sagen, Mache mir eine schlaue Antwort. Mache mir eine schlaue Antwort. Irgendwie so. Zum Teil Spielerei, zum Teil einfach als Inspirationsquelle, wo zehn Sachen schlecht sind und zehn aufzeichnen. Ah, das könnte ich noch reinnehmen. Kannst du brauchen. Bei uns genau gleich. Du brauchst es auch so bei euch? Ja, genau. Wir versuchen dort immer dran zu bleiben und ich bin sehr grosser Fan vom Mensch. Ich finde, menschliche Kreativität ersetzen wird immer sehr, sehr schwierig. Aber, wo dir AI, KI helfen kann, ist ihre Effizienzsteigerung. Und zwar massiv. Geht jetzt so, wie du ChatGPT nutzt. Oder wenn du zum Beispiel bei einem Brainstorming anfängst und du sagst, die Firma braucht einen neuen Slogan und dann schreibst du in ChatGPT, ich kann schreiben, was die Firma macht, gib mir einen Slogan. Das hast du sicher auch schon gemacht. Hohne krass. Mega spannend. Du gibst zehn Slogans, sieben kannst du kümmern, über drei kannst du reden und dann kannst du das wirklich brauchen als Inspirationsding. Du wirst ja nie eins zu eins den nehmen. Aber du kannst nachher in einer Brainstorming arbeiten und es gibt dir einfach wie so Triggerpunkte, die du nützen kannst. Aber du wirst, also Stand heute kannst du nicht Content-Produkte noch ohne Mensch herstellen. Aber es gibt schon fast alles. Es gibt auch Podcast-AI, die dir jetzt diesen Podcast schneiden können. Jeder Versprecher kann rausschneiden. Du weißt, wieso ist eigentlich mein Podcast so gut? Den nütze ich schon. Was? Ich gehe alle weg. Dort kann ich einfach helfen, unseren Content-Kreationsprozess effizienter zu machen. Aber noch kann ich uns nicht ersetzen. Uns Menschen. Aber wenn du jetzt schaust, wie schnell es geht, ist es natürlich schon krass. Aber der technische Fortschritt, da bin ich eben wieder auch der Historiker. Wenn du das jetzt anschaust, der technische Fortschritt seit dem 20. Jahrhundert ist ja immens. Als meine Grossmutter geboren wurde, war noch niemals auf dem Mond. Es gab keine Düsen-Treibwerke. Als sie 20 wurde, war es der erste Mal auf dem Mond. Heute reden wir von KI. Du hast ein Device in deinem Hosen-Sack, das das ganze Wissen der Welt anprüfen kann. Das kannst du dir mir auch vorstellen. Und dann, als unsere Urgrosseltern geboren sind, sind die ersten Autos. Wenn du dir mal überlegst, wie schnell dieser Fortschritt hat angezogen, wenn du deine Zivilisationsgeschichte anschaust, vom Mönch, was passiert ist in den letzten 100 Jahren, 50 Jahren. Auch dort ist das Wachstum exponentiell. Dort ist es sicher so, dass KI in Zukunft eine grosse Challenge wird für uns als Menschen. Nicht nur im Content-Prozess, ganz und gar nicht. Und dort muss man einfach den Weg finden, wo es uns nutzt. Wo können wir es wirklich gewinnbringend einsetzen, dass es eigentlich das Leben von uns Menschen besser macht, bis zu einem gewissen Grad auch, wie soll ich sagen, dafür sorgt, dass wir mehr Wertschöpfung generieren können, ohne dass es Menschen nicht mehr braucht. Und vielleicht das fängt ja jetzt auch schon an. Das hat sehr zu tun mit dem technologischen Fortschritt und mit der Neuen Dienstleistungsgesellschaft über New Work reden. Work-Life-Balance. Vor 150 Jahren, wie du vorhin in St. Gawen in der Fabrik in der Ostschweizer, wenn du dann sagst, Work-Life-Balance, wo am Webstuh gesessen ist, dachte ich, du bist eigentlich. Ich muss schauen, dass ich meine acht Kinder ernähren kann, die alle mitschaffen und vielleicht im Schnitt zwei davon sterben. Und jetzt musst du mal überlegen, wo wir jetzt hinzukommen. Und das finde ich auch immer, wenn man so die Mette-Ebene anschaut. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich beschäftige mich gerne mit Sachen beschäftigen und dann Geschichten daraus erzählen. Und das finde ich auch spannend, wenn man das aus einer anderen Art anschaut, wo kann uns keinemal herbringen. Aber vor allem, wie gehen wir damit um, dass es uns wirklich etwas bringt. Und da sind wir beide sicher ganz kleine Reden in dieser Geschichte. Aber gleichwohl auch als Menschen, die Content produzieren und die vielleicht auf eine Art mit unserem Content Zugang finden zu Menschen, können wir doch auch relevant versuchen, den Menschen zu helfen, den richtigen Umgang zu finden mit dieser neuen Challenge Künstliche Intelligenz, die mittlerweile theoretisch ein Zeitungsartikel beides schreiben kann. Und viele merken es nicht, ob es jetzt ein Mensch war oder kein. Und das wird uns sicher prägen in unseren beiden Lebenszeiten. werden wir sagen, ich habe jetzt schon einen Sohn sowieso noch viel mehr. Also das ist... Klar, dass das alles nur geht. Hast du etwas, was du sagst in der nächsten... Auf meinem Lebensweg Bucketlist, das wollte ich unbedingt noch gemacht haben. Hast du da etwas Bucketlist? Bevor die kunstliche Intelligenz alles übernimmt? Ich habe mir nie so Bucketlist gesetzt. Dort denke ich wirklich so wie ein Schüttler, Spiel für Spiel. Wenn ich mir jetzt gesagt hätte, wenn ich zurückgehe, 2015, wo die Firma umfilmiert wurde zu Newsroom Communication, wo sie jetzt immer noch ist, und ich habe gesagt, hey 2022 sind dir 18 Leute, ähm, 18 Leute jeden Monat kannst du einen Lohn zahlen, ähm, von den 18 Leuten haben die Hälfte Kinder, und wir sind eine tolle Familie, dann hätte ich mir gesagt, geil, du hast dein Ziel erreicht. Aber ich finde, die Ziele haben auch immer etwas, was so wie suggeriert, es ist fertig. Und und darum sind das für mich so Wegeziele und ich versuche jedes Jahr das Maximum rauszuholen, ohne dass ich verbissen bin. Ich bin nicht verbissen, aber einfach vorwärts, oder? Und dann lieber zurückschauen, so wie jetzt zum Beispiel kurz, und dann zu sagen, hey, das war gut als vorwärts und zu sagen, du musst um das Verrecken das Ziel erreichen. Vorwärts und zu sagen, du setzt dir Ziele, die erreichbar sind. Was ist dein Ziel 23? Ziel 23 ist, die Firma weiterbringen, konsolidieren, nach einem Jahr, in der Pandemie extrem gewachsen, weil der digitaler Bedarf hoch ist. Fast ungesund gewachsen, muss man auch sagen, zum Teil fast zu viele Aufträge hatten, abgearbeitet, alle Leute am Limit gewesen, wir haben das natürlich Nero honoriert, wir sind sehr offene und transparente Firmen, der hat es 14 Monate zu lassen gegeben, aber trotzdem so einen Peak oder so eine Arbeitsbelastung über ein Jahr musst du dann auch verarbeiten, das haben wir letztes Jahr gemacht, mit der ersten Konsolidierung und dieses Jahr ist das zweite Jahr für Konsolidierung und nach 2023 wieder wachsen angesagt. dort habe ich schon firmenstrategische Ziele natürlich, aber jetzt für mich persönlich ist stetig wachsamer Aufgabe und weiter kommen und versuchen am Puls zu bleiben, das ist sicher sehr wichtig am Puls zu bleiben und vor allem das Wichtigste ist Freude an dem was ich mache und ich stehe jeden Tag gerne auf und wenn ich merke, dass das nicht so ist, dann muss ich über die Bücher aber das ist echt mein Hauptziel jeden Tag gerne aufstehen weil arbeiten ja für das Schlusszeichen wenn wir überlegen wie viel Zeit verbringen wir in unserem Leben mit dem also 5 Tage in der Woche plus ist arbeiten verbringen mit den Leuten hier die ich wahnsinnig schätze und ich möchte die Kultur die wir haben die offene Kultur die unterstützende Kultur dieser Firma dass die weiterlebt dass die gedeihen dass die noch wachsen und dann können wir immer zusammen unsere Ziele erreichen zusammenwachsen und das ist für mich das allerwichtigste so Schlussrunde Brian ich stelle dir ein paar Fragen du antwortest so schnell und prägnant wie möglich ist gut ich versuche es Achtung fertig los was ist Content etwas was in Menschen etwas auslöst was ist aus deiner Sicht guter Content etwas was in Menschen etwas auslöst was sie glücklich macht oder zum Nachdenken anregt welches ist der Trend im Bereich Content Marketing im 2023 Immersiven Content was machen viele Schweizer KMUs aus deiner Sicht falsch was das Marketing angeht zu grosse Abhängigkeit von Social Media wie Geld keine Rolle würde spielen welchen Schüttler würdest du gerne zu einbeholen Messi gut Messi das ist der Abschluss vor Brian herzlichen Dank dass ich hier sein durfte und über Content sprechen war sehr spannend zu Schlusswort gehört dir möchtest du noch etwas der Content Talk Community mitgeben Nein Hört unbedingt den Podcast ich finde ihn wirklich fantastisch ich finde es mega cool dass du das machst ist auch für mich bereichernd und auch für alle Leute die hier arbeiten also bleiben dran auch wenn ihr mich nicht spannend fand durchaus möglich dann werden durchaus sehr viele spannende Gäste noch in Zukunft genau bleiben dran haben es gut die Show zusammen Tschüss 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 Vielen Dank.